Herzlich Willkommen zum IG-Stream. Wir schauen heute wieder mal vom Turm auf den ehemaligen Bereich des Südflügels. Und hier wird gerade die Rampe zurückgebaut, die es den Baumaschinen ermöglicht hatte, auf gleich 16 zu kommen. Sie sind keine Möglichkeit, die Ratschläge zu legen. Sie machen die Ratschläge, die Ratschläge zu tun. Sie haben den Ratschläge. Sie haben die Ratschläge. Sie haben eine Ratschläge zu machen. Sie haben die Ratschläge zu machen. Sie ist eine Ratschläge. Tschüss. Das ist nicht wirklich hart. Art? Das ist nicht wirklich hart. Oh, ja. Das würde gut sein. Sorry, Boobie. Sorry, Boobie. Sie ist gut. Das wäre gut. Das ist interessant. Die Leute sind bereit für Skoda. Es ist wie diese ... Ja, ich weiß. Es sind 20 Frauen. Und sie kamen hier? Ja. Das ist toll. 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 Außerdem können wir uns von hier aus anschauen, wie weit die Konstruktion für den Bau der U12-Brücke über die Wolframstraße fortgeschritten ist. Kann man auch gut beobachten durch die beiden Webcams. Und dort und mittlerweile auch jetzt hier in diesem Video sehen wir, dass nur noch ein Teil fehlt. Die Verbindung zum gegenüberliegenden Widerlager zum restlichen Konstrukt. Dieses Teil ist direkt über der Wolframstraße. Und ab hier liegt es schon im Gebiet Milaneo. Ups. Der Turm stürzt gleich ein. Danke fürs Zuschauen. Eventuell bis nächste Woche. Denn übers lange Wochenende kann ich keine Videos einstellen. Ciao. Du bist toll. Vielen Dank.